Ich lerne Deutsch. Nummer 14888 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ermutigende Worte können eine Brücke zwischen den Herzen bauen. Ermutigende Worte können eine Brücke zwischen den Herzen bauen. Ohne die heutige Technik wäre unser Geschäft überhaupt nicht möglich. Ohne die heutige Technik wäre unser Geschäft überhaupt nicht möglich. Gedichte können komplexe Gedanken in einfachen Worten ausdrücken. Gedichte können komplexe Gedanken in einfachen Worten ausdrücken. Planung ist ein wichtiger Bestandteil des Managements und eine Voraussetzung für den Erfolg. Seine Rede war sehr polemisch und griff die Opposition scharf an. Seine Rede war stark kontrovers und aggressiv, um die Opposition zu kritisieren und zu provozieren. Auch unser Teddy hat den Umzug gut überstanden. Er sitzt noch in der Transportkiste. Auch unser Teddy hat den Umzug gut überstanden. Er sitzt noch in der Transportkiste. Auch unser Teddy hat den Umzug gut überstanden. Er sitzt noch in der Transportkiste. Vergiss bitte nicht! Und gib uns bitte ein Like!